und es kann losgehen auf jeden fall der tasse cappuccino in der hand das was gibt es bei dir heute kaffee um die späte stunde das nicht gut hier ist schon unser hinweis es geht auch nur um die spinnen diesmal dann werden wir schon wieder frühe gegner treffen höchstwahrscheinlich hopp kopf vorbei angeschossen weißt du von wo von südwesten also von links sozusagen ich lad mal nach und dann gucke ich mal ja ich muss mal kurz weiterhin hinter mir ist einer zu messern ja aber den lassen wir erst mal hast du geschossen ja ich habe mal das fass angeschossen ja tja der müsste es dich was ach da ist er hier da lang oh jetzt muss ich weg muss meine spritze setzen ich glaube gleich höre ich wieder ein bums und dann bin ich weg das kommt schon erledigt scheiße du auch ja ok schnelle runde ja die haben gut gepusht ne ja 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 ja